Heißt ja eh, dass die Gruppe doof ist und man die Gruppe eigentlich auch schließen kann und die Gruppe gar nicht braucht. Also da kann ich genau so einen Julian einschleusen, der die ganze Gruppe dann sabotiert. Das würde auch funktionieren. Habe gestern und heute... Oh, Shiny. Was wir nicht brauchen, aber wir mitnehmen. Da ist der Kreis so rot wie das Pokémon an sich. Aber kein Hunderter. Ja, er war drin, er ist auf jeden Fall aufgestiegen, also hat interagiert. Och, Mann! Wer hat gesagt, ja, du kriegst ja dann das Hunderter Shiny, weil es so hässlich aussieht. Es ist zwar nicht das Hunderter Shiny, aber es ist ein 98er Shiny, was schlimm genug ist. Hier, guck mal. Also, 98er Shiny. Terrakium. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Es ist nämlich, glaube ich... Guck mal, wir haben hier... Wie soll es denn der Thomas? Weil er vom Thomas ist. Wir haben hier ein 98er vom Thomas. Ganz schlecht. 14 Angriff. Aber jetzt... Richtig stark. Aus Röhmhild. Und richtig hässlich. Guckt euch das an. 98er so. Und das dürfte jetzt das Beste sein, was ich hab. Mal care. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.